Wir bauen, wir essen, wir sind unterwegs und zwar schnell. Wenn alles seit dem Urknall ein Jahr wäre, dann käme der Mensch am 31. Dezember, am letzten Tag des Jahres, nicht mal eine Minute vor Mitternacht. Kannst du dir vorstellen, dass man früher ohne Gasmasten draußen sein konnte? Klimaschutz und so, Öko-Scheiß. Warum? Von den Molekülen her unterscheiden wir uns doch auch kaum von einem Baum. Die ganze Klimaproblematik ist doch sowieso nur statistischer Nonsens. Ostok wird mit als allererste Stadt überspült werden und alles verschwindet mit ihr. Warum tragen wir die Maske eigentlich nicht? Wenn ich sie absetze, werde ich atmen. Das war einfach alles nur eine Prognose. Ich wette, die Natur holt sich das alles zurück. Ich sitze, die Digio-Super-Super-Führungewb productive und versuche die Naturweise